Was haben sie gedacht, als sie dem grauen Präsidenten zum ersten Mal in die Augen sagt? Hatten sie mitgelacht, als sie an das dachten, das wäre nicht sein Ernst. Denn er wird fliegen ins Aquarium und er redet mit den Bildern in der Zeitung. Dabei grinst er dann und hat Träume von dem Zug. Solang man bringt, wo da läuft, ist, dass hier alles halt so will. Solang der Zeitgeist weiter sprung. Von seinen Blasen, Diktatoren und Halbwertszeitverschwendern haben die Guten längst genug. Was haben sie gesagt, als ihre Frau zum ersten Mal in den Messer aus der Küche kam? Haben sie auch gelacht, als sie sagte, Schatz, das war nicht mein Ernst. Denn sie wirft ziemlich oft Tabletten ein. Und sie kettet ihre Kinder an die Heizung. Dabei grinst sie dann und hat Träume von Volker. Was haben sie gedacht, als sie den Frauenpräsidenten zum ersten Mal in die Augen sahen? Haben sie mitgelacht, als sie an das dachten, das wäre nicht sein Ernst. Denn er wird fliegen ins Aquarium und er redet mit den Bildern in der Zeitung. Dabei grinst er dann und hat Träume von Guadalabo. Solang mein Brand-Decoder läuft, ist das hier alles halt so will. Solang der Zeitgeist weiter sprung. Und Zeichenblasen, Diktatoren und Halbwertszeitverschwendern haben die Guten längst genug. Und Zeichenblasen, Diktatoren und Halbwertszeitverschwendern haben die Leben und sie machen die Wolk-Ams So lang mein Brand-Decoder läuft, ist das hier alles halt so will. So lag der Zeitgeist weiter Spur Von Zeichenblasen, Mektatoren und Halbwertseitverschwendern Haben die Broten längst genut